Er ist da wo? Er ist da wo? Du musst mir das Zelt nehmen, dann nimmt mich immer was, richtig? Ich nehme das Zelt. Der zerstört auf mich. Ich wollte überhaupt nicht mehr so aufnehmen. So, ich muss jetzt meinen Sniper-Tagler gegründet. Über 20 Ritern ist da. Ah! Dann hab ich down. Jetzt ist wieder nix los. Ich hab das nicht. Noch einer down. Der Ball hat nur die ganze Zeit so lange angeschaffen. Sinds nicht. Geh es gibt sie nicht. Wieso drühe wieder nix? Sie gehen wieder nix. Jetzt kann es mir jetzt nicht erzählen. Jetzt rechts, wo ist der? Ballert nicht mehr. Darf das stehen? Nein! Nein, nein! Schau mal! Dann schießt den Boot, denke ich. Geh da! Jetzt brav! Aber! Äh... Ich hab gesagt, das reicht. Ich hab gesagt, das reicht doch nicht. Ja, was willst du auf keinen Moment. Das war auch spontan. Ja, danke. Aber später kannst du den Boot bitte umbringen. Ja. Nein! Oh! Jetzt ist kein... Nichts noch einer. Der Rappold. Schau mal! Ich bin der Schaden gegen den Schaden! Nein, doch geht es doch mal! Nein, ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden! Ich bin der Schaden. Ich bin der Schaden! Hey, ich bin der Schaden! Ja, ich bin der Schaden! Wir, oder? Das geht ein! Ja, ich bin der Schaden! Echt super! Na gut, der Visapus ist gleich 10 Meter entfernt. Hm, ich hoffe, hast du das geglaubt? Ja. Ich glaube nicht. Ok, gut, 10 Meter ist für dich. Unter dringend waren die über 14 Meter. Was war das gerade? Nein, ich bin runtergeschrieben und habe gesprungen damit ausgesprungen. So, der Bus ist runtergesprungen, weil mit der Sniper nichts da. Wo hatten wir Verwarten gehabt, was ich bin nachgehofft. Genau, das ist passiert.